In diesem Video werde ich über die Zeitlinie sprechen, die ich erstellt habe, von der ich nun glaube, dass sie eine genauere Darstellung der menschlichen Geschichte und unseres Platzes darin ist. Diese Zeitlinie wird eine Interpretation der biblischen Eschatologie darstellen, die Präterismus genannt wird. Der Präterismus wird durch die Idee definiert, dass alle oder die meisten biblischen Prophezeiungen bereits erfüllt worden sind, was die Trübsal und das zweite Kommen Christi einschließt. Die überwiegende Mehrheit der heutigen Präteristen ist hauptsächlich aufgrund biblischer und historischer Beweise zu dieser Schlussfolgerung gekommen und ist sich der großen Menge zusätzlicher Beweise, die von der Gemeinschaft der alternativen Geschichte zusammengetragen wurden, noch nicht bewusst. Durch die Kombination all dieser Daten glaube ich, dass ein sehr solides Argument für die Theorie der Zeitlinientäuschung vorliegt. Beginnen wir also mit der ersten Folie. Ich werde nach und nach Teile der Zeitachse enthüllen. Ich werde versuchen, dabei nicht zu sehr ins Detail zu gehen, da jeder kleine Teil seziert und zu einem eigenen Video gemacht werden kann. Also werde ich versuchen, so allgemein wie möglich zu sein. Das erste große Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist natürlich die Erschaffung der ersten Menschen, Adam und Eva. Die Erde selbst ist wahrscheinlich älter als dieses Ereignis. Wir können jedoch sagen, dass unsere Geschichte als Menschen auf der Erde mit Adam und Eva beginnt. Und dieser Teil der Zeitlinie ist der Zeitpunkt, an dem die meisten Ereignisse in der Bibel stattfanden. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Jahre das sind, aber wenn die Menschheit 6000 Jahre alt ist, eine Zahl, die aus genealogischen Aufzeichnungen in der Bibel extrapoliert wurde, dann könnte dieser Teil der Geschichte ungefähr 5000 Jahre alt sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau diese Zahl ist, aber das ist im Moment nicht so wichtig. Ich werde keine biblischen Ereignisse zu diesem Teil der Zeitlinie hinzufügen. Stattdessen werde ich diesen Zeitraum nur durch die Tatsache charakterisieren, dass Satan frei auf der Erde umherstreifen konnte. Der nächste Teil der Zeitlinie ist die Geburt von Jesus und 33 Jahre später findet das nächste große Ereignis statt, nämlich sein Tod und die anschließende Auferstehung. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der radikal von der Zeitlinie der menschlichen Geschichte abweicht, die die meisten glauben. Hier haben wir die große Trübsal, die nur 30 Jahre nach dem Tod von Jesus beginnt. Dieses Ereignis, von dem die meisten Menschen glauben, dass es heute unmittelbar bevorsteht, scheint weit in unserer Vergangenheit zu liegen. Wenn wir das Neue Testament mit einer neuen Denkweise lesen, wird klar, dass Jesus seinen Jüngern wiederholt sagte, dass die Ereignisse, die als die große Trübsal bekannt sind, noch zu ihren Lebzeiten stattfinden würden und nicht 2000 Jahre in der Zukunft. Hier sind ein paar Schlüsselverse. In Matthäus sagte Jesus, Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Wiederum sagte Jesus, ich sage euch aber wahrlich, dass etliche sind von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis dass sie das Reich Gottes sehen. Und bei Matthäus, nachdem Jesus die Trübsal und ihr Ende beschrieben hat, sagt er weiter, Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe. Die große Trübsal und die Schlacht von Armageddon, Ereignisse in unserer Geschichte, die zu groß waren, um sie unter den Teppich zu kehren, werden in unseren Geschichtsbüchern als der Untergang des Römischen Reiches getarnt, der seinen Höhepunkt in der Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 nach Christus fand. Natürlich sind die Daten, die uns für diese Ereignisse gegeben werden, nicht in der richtigen Reihenfolge, um uns absichtlich zu täuschen. Uns wird gesagt, dass der Untergang des Römischen Reiches allmählich im Laufe von hunderten von Jahren geschah, während in Wirklichkeit das meiste oder vielleicht sogar alles schnell zu Jesus' Tagen geschah und in der Trübsal gipfelte. Wenn sie sich bewusst sind, wie stark unsere geschichtlichen Aufzeichnungen manipuliert wurden, dann sollte dies nicht allzu abwegig klingen. Also, wo war die mysteriöse Figur, die als der Antichrist bekannt ist, in alledem? Nun, es scheint bereits eine Menge Beweise zu geben, die sogar von Mainstream-Quellen zusammengestellt wurden, die darauf hinweisen, dass Kaiser Nero auf den in der Offenbarung beschriebenen Antichristen passt. Eine schnelle Internetsuche wird zahlreiche Quellen ergeben, die bereits die biblische Figur, die als der Antichrist bekannt ist, mit der historischen Figur, die als Kaiser Nero bekannt ist, korreliert haben. Ich werde wahrscheinlich irgendwann ein ausführlicheres Video darüber machen, aber in der Zwischenzeit sollten Sie keine Schwierigkeiten haben, Quellen zu finden, die diese Behauptung unterstützen. Wie die meisten von uns bereits wissen, ist die Trübsal eine schreckliche Katastrophe, die sieben Jahre dauert, in der sich eine antichristliche Figur erhebt und viele täuscht, während sie unbarmherzig diejenigen verfolgt, die sich weigern, sich ihm zu unterwerfen und Jesus Christus wählen. Am Ende der Trübsal kommt Jesus aus dem Himmel herab, ein Ereignis, das als das zweite Kommen bekannt ist. Satan, der Antichrist und die Könige der Erde versuchen kurz mit Jesus in den Krieg zu ziehen, aber sie werden sofort besiegt. Satan und der Antichrist wurden in die Hölle geschickt und alle Sterblichen, die auf der Seite des Bösen standen, wurden durch das Schwert von Jesus getötet. Die Menschen, die an Christus glaubten und die Trübsal überlebten, werden in ihren natürlichen Körpern weiterleben, in das, was man die messianische Herrschaft oder das tausendjährige Reich Christus nennt. Nun, da alle aussortiert wurden, folgt unmittelbar ein Ereignis, das die erste Auferstehung genannt wird. Dies ist der Zeitpunkt, an dem alle, die an Christus geglaubt haben und in der kurzen Zeit zwischen dem Wirken von Jesus und dem Ende der Trübsal gestorben sind, auferstehen und einen neuen Körper erhalten. Das schließt die Märtyrer und alle anderen ein, die aus irgendeiner anderen Ursache gestorben sind, sogar bevor die Trübsal begann. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt der Apostel Paulus, Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Und in der Offenbarung, Kapitel 20, prophezeite der Apostel Johannes In Markus sagte Jesus, Wir gehen weiter. Wir haben eine neue Klassifizierung von Wesen, die einst sterbliche Menschen wie wir waren, aber jetzt einen neuen ewigen Körper erhalten haben, der sie zu Engeln macht. Dieser neue Körper wird oft als der verklärte Leib bezeichnet. Diese Menschen werden oft, aber nicht immer, mit einem heiligen Schein um ihren Kopf dargestellt. Sie werden für die nächsten tausend Jahre bestimmte Rollen und Pflichten im Reich Christi erfüllen. Und sie werden im Allgemeinen als Heilige bezeichnet. Ich werde sehr bald ein ausführlicheres Video über dieses Thema machen. Was sich abspielt, ist das, was wir für unsere Geschichte halten, abzüglich einer Menge Dinge, die entweder grob falsch dargestellt wurden oder einfach nie passiert sind. Von Anfang an macht sich jeder an die Arbeit, eine neue Zivilisation zu erschaffen, vermutlich inmitten der Nachwehen der großen Trübsal. Wir sehen eine Explosion kreativer Energie in jedem Bereich des Lebens. Was sofort entsteht, ist eine Gesellschaft, die von christlicher Ethik und Tugenden dominiert wird. Die Menschen verbringen ihre Tage damit, in irgendeiner Weise für Gottes Reich zu arbeiten. Die Menschen in ihren sterblichen Körpern werden nun eine längere Lebensspanne haben und wie üblich Kinder gebären. Die neuen Menschen, die in das Königreich hineingeboren werden, haben nun die Wahl, Christus anzunehmen oder abzulehnen. Obwohl es das goldene Zeitalter der Menschheitsgeschichte war, war es keineswegs perfekt, da die sterbliche Menschheit und ihr gefallener Zustand immer noch mit dem Problem der Sünde kämpften. Es scheint, dass es auf dem Weg zu Konflikten kam, deren wahre Natur unklar ist. Wir können den rasanten Fortschritt des tausendjährigen Reiches an der allgemeinen Kunst und Architektur erkennen. Das Reich endete mit den größten Errungenschaften während der sogenannten industriellen Revolution. Das tausendjährige Reich erstreckte sich über die ganze Erde und das schließt die Gründung Amerikas von der einen Küste zur anderen Küste ein. Mit Jesus Christus als buchstäblichen König auf Erden regierten die Menschen, die ihre verklärten Leiber bekamen, an seiner Seite, während sie die höheren Ämter seiner Regierung besetzten und verschiedene andere Rollen erfüllten. Diese Menschen haben in ihren verklärten Leibern viel höhere Fähigkeiten als wir in unseren natürlichen Leibern und scheinen in der Lage zu sein, gleichzeitig mit der physischen und geistigen Welt zu interagieren. Ich glaube, dass wir aufgrund ihrer Handlungen unglaubliche Errungenschaften auf der ganzen Linie sehen, die seither nie wieder wirklich repliziert wurden. Wenn sie Tartarien erforscht haben und alles in unserer Vergangenheit in einem ganz neuen Licht sehen, dann sollte das alles einen Sinn ergeben. Ich bezeichne Teile dieser Epoche einfach als frühes, mittleres und spätes Reich. Das ist eine Spanne von nur 1000 Jahren und nicht 2000, wie man uns gelehrt hat. Falls Sie es also nicht schon erraten konnten, das ist nicht die Zeit, in der wir leben. Jetzt kommen wir zu dem Teil der Zeitlinie, die unsere moderne Welt umfasst. Wenn die 1000 Jahre enden, gehen Jesus und die Heiligen zurück in den Himmel. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand erwähnt die Bibel nicht wirklich etwas darüber, wo sie hingehen. Aber ich nehme an, es ist zurück in den Himmel, ausgehend von dem Zustand der Welt, in dem wir jetzt leben. Was sie erwähnt ist, dass Satan für eine kurze Zeit aus seinem Gefängnis befreit wird. Die Bibel sagt uns nicht genau, wie viele Jahre dieser Zeitraum dauern wird, nur, dass es eine kurze Zeit ist. Wieder in Offenbarung 20 schrieb Johannes, dass ein Engel den Satan in den Abgrund warf und ihn einsperrte und ihm ein Siegel aufsetzte, dass er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis die 1000 Jahre vollendet wären und danach muss er eine kleine Zeit losgelassen werden. Was als nächstes geschieht, ist der seltsamste und verwirrendste Teil von all dem, nämlich die zweite Auferstehung. Meines Wissens gibt es nur einen einzigen Bibelferst, der die zweite Auferstehung erwähnt und diejenigen, die daran teilnehmen, einfach die übrigen Toten nennt. Und wiederum in Offenbarung Kapitel 20 heißt es, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Nun, es ist wichtig, den Kontext dieses Teils zu verstehen, da die nächste Zeile verwirrend sein kann. Nun, wenn ich die präteristische Sichtweise der Bibel vertreten hätte, bevor ich irgendetwas über Tartaria wusste, dann wüsste ich nicht, dass ich die Idee einer zweiten Auferstehung in meine Weltanschauung einarbeiten sollte. Dieses Ereignis müsste in unserer Vergangenheit liegen und nirgendwo in unseren Geschichtsbüchern steht, dass eine große Gruppe von Menschen eines Tages wieder zum Leben erwacht ist. Wenn wir immer noch an die Geschichte glauben, die uns gegeben wurde, dann gäbe es keine Möglichkeit, diese Idee realistisch in die präteristische Erzählung einzubauen. Nachdem ich jedoch die vielen anderen Anomalien in unserer Vergangenheit untersucht habe, glaube ich, dass es eine Verbindung zwischen diesem Teil der Bibel und dem, was bereits als Reset bezeichnet wurde, hergestellt werden kann. Danke an alle, die auf dem Gebiet der alternativen Geschichte geforscht haben. Es wurde eine beträchtliche Menge an Daten gesammelt, die darauf hinzuweisen scheinen, dass eine große Gruppe von Menschen aus dem Nichts in eine glorreiche, bereits existierende Zivilisation eingefügt wurde. Dies scheint um 1800 unserer Zeit passiert zu sein, plus minus 50 Jahre. Ein genauerer Zeitraum wurde noch nicht eingegrenzt. Es wurden viele Videos gemacht, während andere da draußen im Stillen viele Stunden damit verbracht haben, die frühesten Video- und Fotobeweise, die verfügbar sind, zu untersuchen. Der allgemeine Konsens ist, dass zu dieser Zeit etwas sehr Merkwürdiges vor sich ging und dass die Menschen generell so wirken, als würden sie nicht ganz in ihre Umgebung gehören. Wir haben Fotos in den Aufnahmen gefunden, die gefälscht oder inszeniert zu sein scheinen. Plötzlich gibt es eine Vielzahl von vertriebenen Waisenkindern rätselhafter Herkunft. Wir sehen Kinder, die in den Fabriken arbeiten, die offensichtlich nie für sie vorgesehen waren. Wir haben von den gruseligen Infantorien erfahren, in denen man ein lebendes Kleinkind aus dem Vergnügungspark adoptieren konnte. Nachdem wir die historischen Aufzeichnungen mit einem neuen Gedankengang untersucht haben, scheint es, dass eine neue Gruppe von Menschen aus dem Nirgendwo eingefügt wurde. Manchmal scheinen diese neuen Menschen dort weiterzumachen, wo eine frühere Gruppe aufgehört hat. Ohne das meiste von dem Allgemeinwissen zu haben, das ich in diesem Video vermittle, waren wir bereits dazu gekommen, eine Art Reset der Zivilisation zu beobachten, der uns völlig verborgen geblieben war, und wir betrachteten diese Menschen als die Neuankömmlinge oder die Reset-Menschen. Zusätzlich zu den Anomalien und den Menschen selbst ist diese Periode auch durch eine Vielzahl von zerstörerischen Ereignissen gekennzeichnet, wie Kriege, Feuer, Überschwemmungen und sogenannte Erdbeben. Wir hatten bereits vermutet, dass ein Machtwechsel stattfand, der vom Guten zum Bösen ging. Basierend auf den geschichtlichen und physikalischen Belegen der Bibel glaube ich, dass die messianische Herrschaft endete, Satan aus seinem Gefängnis befreit wurde und die zweite Auferstehung um das Jahr 1800 unserer Zeit stattfand, plus minus 50 Jahre. Wenn Sie also verwirrt sind über die Diskrepanz zwischen der Zeitspanne, die uns gegeben wird, und der Zeitspanne, von der ich sage, dass sie tatsächlich vergangen ist, dann werde ich mein Bestes tun, das im zweiten Teil zu erklären. Das letzte große biblische Ereignis, das noch auf dieser Erde, wie wir sie kennen, stattfinden wird, ist das, was als letzte Schlacht beschrieben wird, die Gott nicht vollständig stattfinden lässt. Diesem Ereignis folgt unmittelbar das endgültige Gericht, das als dritte und letzte Auferstehung betrachtet werden könnte. Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Ereignisse noch nicht stattgefunden haben, was diese zu den einzigen Prophezeiungen macht, die noch nicht erfüllt sind. Und in Offenbarung Kapitel 20 schreibt Johannes Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanos loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gok und Magok, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es scheint, als ob die Menschen der Erde für diese große Schlacht versammelt werden und eine bestimmte Nation überfallen wird. Aber kurz bevor der Krieg wirklich ausbricht, wird Gott eingreifen, bevor die ganze Hölle losbricht. Dies ist der Endzeitpunkt und schließt die große Saga vom Kampf zwischen Gut und Böse auf der Erde ab. Was genau mit Gok und Magok gemeint ist und was das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt ist, bleibt der Interpretation überlassen. Nun werden alle, die jemals gelebt haben, zum endgültigen Gericht versammelt. Diejenigen, die Christus angenommen haben, werden ihre verklärten Leiber erhalten und Heilige auf Gottes neuer Erde werden. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben, werden in den Feuersee geworfen. Jetzt, wo jeder wieder sortiert worden ist, wird Gott die Erde und den Himmel neu erschaffen. Gott wird dann die herrliche Stadt, die er bereits im Himmel gebaut hat, auf die Erde bringen. Gott wird dann von dieser Stadt aus direkt hier auf der Erde mit uns regieren. Die Menschheit wird von ihrem gefallenen Zustand vollständig wiederhergestellt sein und es wird keinen Tod oder Sünde mehr geben. Mit unseren neuen Körpern wird uns anscheinend die einzigartige Eigenschaft gegeben, gleichzeitig Zugang zum geistigen und physischen Bereich zu haben. Die Erde wird wieder uns gehören und ja, wir werden glücklich bis ans Ende unserer Tage leben. Eine detaillierte Beschreibung der neuen Erde können Sie in Offenbarung Kapitel 21 lesen. Alles in allem wurde uns vorgegaukelt, dass wir uns generell hier auf der Zeitlinie in der Trübsal und vor dem tausendjährigen Reich befinden. Tatsächlich war ich noch vor sechs Monaten sicher, dass die Trübsal begonnen hatte. Satan wollte nicht, dass wir etwas über das tausendjährige Reich wissen, denn all diese Informationen bestätigen die Bibel auf eine sehr kraftvolle Art und Weise und es gibt noch viel mehr. Ich glaube jetzt, dass wir in der Realität tatsächlich weit hier oben auf der Zeitlinie leben. Ich stütze mich dabei auf mehrere Dinge. Das tausendjährige Reich scheint nicht später als 1850 geendet zu haben. Das bedeutet, dass dieses Ereignis vor mindestens 170 Jahren stattgefunden hat. In der Offenbarung heißt es, dass am Ende des tausendjährigen Reiches der Teufel für eine kleine Saison losgelassen werden wird. In einigen Übersetzungen heißt es eine kleine Weile oder eine kurze Zeit. Was könnte also eine kurze Zeit sein? Wenn das tausendjährige Reich tausend Jahre dauerte und das wird als ein recht langer Zeitraum angesehen, was wäre dann eine kleine Zeit basierend darauf? 170 Jahre? 200 Jahre? Oder sogar etwas mehr? Ich denke, ja, aber wahrscheinlich nicht viel mehr als das. Halten Sie jetzt diesen Gedanken und denken Sie an die reale Welt, in der wir heute leben und an das, was sich um uns herum zu entfalten begonnen hat. Diese Präsentation soll keine Angst schüren. Tatsächlich glaube ich, dass diese Informationen genau das Gegenteil bewirken werden. Es fühlt sich zwar so an, als ob wir uns tatsächlich in der Endzeit befinden, aber es ist eine andere Endzeit, als wir dachten. Mit dieser Offenbarung, denke ich, können wir unser Leben gelassener leben, denn die Trübsal kam und ging schon vor langer Zeit. Jesus versicherte uns, dass nichts jemals wieder so schlimm sein würde, wie die Trübsal. Jesus sagte, Denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Ich denke, es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, wo wir wirklich in der Zeit sind, so dass wir ruhig und besonnen bleiben können, wenn sich diese Endzeitereignisse entfalten. Während ich sicher bin, dass es von hier an Höhen und Tiefen geben wird, so glaube ich doch, dass wir mit einer gewissen Vorbereitung bis zum letzten Tag sicher und außer Gefahr bleiben können. Die langfristigen Pläne des Feindes und die schreckliche dystopische Zukunft, in die wir hineinzurollen scheinen, werden sich nicht vollständig entfalten, da seine Zeit kurz sein wird. Tatsächlich könnten wir sehr wohl die letzte Gruppe von Menschen sein, die jemals auf dieser Erde wandeln wird, wie wir sie kennen, und wir könnten diejenigen sein, die am letzten Tag am Leben sind und denen ein natürlicher Tod erspart bleibt. Ich hoffe, dass diese Informationen Ihnen einen neuen Blick auf das Leben ermöglichen, so wie es bei mir der Fall war. Obwohl ich sicher bin, dass das, was vor uns liegt, gelinde gesagt faszinierend sein wird, können wir in dem Wissen weitermachen, dass die Tage dieser Welt gezählt sind. Wir können positiv bleiben und diejenigen trösten, die vielleicht anfangen, in Panik zu geraten, da wir verstehen, dass dies nicht in das Chaos der großen Trübsal führen wird. Und wenn die Zeichen immer deutlicher werden, dass sich ein Krieg zusammenbraut, werden wir nicht in Angst verfallen. Stattdessen werden wir uns freuen, da wir wissen, dass es fast Zeit ist, den Herrn zu treffen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Präsentation gefallen hat. Mein nächstes Video wird ein zweiter Teil sein, in dem ich mein Bestes tun werde, um zu erklären, warum es eine Diskrepanz von etwa 1000 Jahren zwischen der gefälschten Zeitlinie und der echten Zeitlinie gibt, sowie einige zusätzliche Gedanken zu teilen. Danke fürs Zuschauen. Link zum Originalvideo in der Beschreibung, übersetzt und gesprochen von Flo.